es 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 ist ich zeige euch aus dem Steam Workshop neue Heller Rallye Lampen 3000 die möchte ich euch heute präsentieren die schauen wir uns natürlich an und guck mal was das ist also wir schauen mal wo sind sie versteckt wo sind sie versteckt sind die falschen ziemlich verschiedene und da sind sie einmal in blau in roos und in weiß so machen wir gleich noch mal in roos in weiß so und die schauen wir uns jetzt einfach mal an anhand eines Lichttestes und wie sie so aussehen wie die funkeln es gibt dann natürlich welche noch von von aber es ne von Oberlin Entschuldigung genau die sind aber auch gut sind mega aber ich will mir die trotzdem anschauen Einfach als Alternative Die haben hier so einen LED-Streifen noch drin Die haben jetzt die von Obelino nicht Und deshalb will ich einfach mal gucken, wie die jetzt aussehen Einfach mal testen und schauen So, jetzt schauen wir uns die Lampen mal an Ich mache mit der Flycam, ihr wisst, ich will erst mal kurz drüber klotzen Ob was da steht, also Logo und so technisch steht jetzt mal nichts da Aber man kann hier diese kleinen Punkte, ich glaube ja genau, da kann man sie sehen hier Und hier bei Blau auch Das sind die Punkte, die dann blau, weiß und schleuchten Da schauen wir uns jetzt einfach mal an, anhand eines Lichttests, wie die dann rüberkommen Ich finde es auf alle Fälle gut, dass der Autor jetzt hier, glaube ich, die dritten oder die vierten Lampen, ja, bastelt Für die Community im Steam Workshop finde ich gut Da kann man dann dementsprechend hier eine schöne Auswahl Aber jetzt schauen wir uns mal die Lichttests, dann ist es leuchtend und funkelt Also gehen wir mal rein, 23 Uhr, schön dunkel Machen wir standlich, dann sieht er jetzt hier, sieht er das schon mal, ne Also die Blauen und die Weißen leuchten, weiß in dem Fall Und die anderen sind dann in dem Fall jetzt hier, Oros, sind dann die gelben Lampen Und das bleibt dann auch so Wenn ihr jetzt jetzt fertig anmacht, dann seht ihr praktisch selber hier Anhand dieser Lampen, dass diese gelben und weißen Einfach prinzipiell weiß bleiben die Lampen, aber die Blauen leuchten dann hier blau aus So, das sieht man dann, warte mal, ich kann es natürlich jetzt hier nicht sehen Das sieht hier natürlich ein guter Licht aus, Beute, sage ich mal, wenn das fertig anmacht Aber es wird jetzt hier nichts blau aufleuchten Das gleiche ist dann praktisch hier, aber ich fahre mal kurz zurück Ich fahre mal hier gegen die Wand Oder Richtung Wand Da kann man es auch nochmal ganz gut sehen Das bleibt weiß, also da wird hier, hier wird nichts blau dargestellt Das sieht man eigentlich hier ganz gut Aber ansonsten sieht es gar nicht so schlecht aus, mir ist gut Vor allem, ich finde ja immer toll, wenn da so kleine LEDs noch verbaut sind Und die dann so ein bisschen hier raus leuchten Das finde ich immer ganz, ganz schick Also coole Lampen, gefällt Ja, dürft ihr mal kommentieren, was ihr davon haltet Ich finde es nicht schlecht, dürft ihr mal raushauen in die Kommentare Und da bin ich mal gespannt Also wenn ihr Fragen habt, einfach kommentieren Entweder hier oder im Steam Workshop Link dazu alles in der Beschreibung Lassen da unten, Abo für den Kanal, nicht vergesst die Glocke drücken Und dann möchte ich noch einen schönen Tag Macht's gut, bis bald und adieu Bis bald, bis bald, bis bald